24. März 2019 11.30 mhot-online.de Laura Müller und Michael Wendler, die beiden sind seit einigen Monaten ein Paar. Quelle, TVNOW, SEMA Media 2018 trennten sich Michael Wendler und seine Frau Claudia voneinander. Seit einigen Monaten hat der Schlagerstar eine neue Freundin und die ist nur ein Jahr älter als seine Tochter Adeline. Der Wendler und die liebe Michael Wendler ist seit kurzem mit der 18 Jahre alten Schülerin Laura Müller liiert. Seine Tochter Adeline feierte gerade ihren 17. Geburtstag. Etwas merkwürdig sei das natürlich schon für sie, erzählt Adeline im Interview mit Vox für »Goodbye Deutschland«, aber sie akzeptiert es und sieht die neue Beziehung ihres Vaters sogar richtig positiv. Wie eine ältere Schwester, es ist natürlich komisch, das kann auch niemand bestreiten, erklärt sie zuerst und fügt dann aber hinzu. Es ist auch schön, jemanden zu Hause zu haben, der fast gleich alt ist, weil die Person kann sich auch manchmal, wenn die Eltern etwas nicht verstehen, mehr in mich hineinversetzen, nicht zuletzt deshalb kann Adeline resümieren, also die Laura ist für mich wie eine ältere Schwester geworden, nie ein Mutterersatz, aber eine ältere Schwester und Freundin. Mehr von Michael Wendler, seiner Freundin Laura und Tochter Adeline gibt es am kommenden Montag, den 25. März 2019 um 20.15 Uhr bei »Goodbye Deutschland« auf Vox zu sehen. Gedreht wurde in Florida.